Musik So, hi Leute, ich bin jetzt am Stall und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal so ein Mini-FMA und ich habe hier so eine coole Schawracke, die habe ich von meiner Mutter auch geschenkt bekommen, weil sie die nicht mehr brauchte und ich gehe jetzt mal zu Blitz. Ich habe auch hier schon Halfter und Leckerchens und warte, ich mache das Licht an. Ist das das Richtige? Ja, so. Hallöchen, Mauschen. Hi, Schätzi. Hi, guck mal, Leckerchen. Guck mal. Hallöchen, Maus. Hallo. Hallo. Oh, Mäuschen. Hi, hi, hi. Guck mal hier, hier ist noch ein ganz großes. Oh, Lecker. Komm her. Ja, fein. So, die Schawracke lege ich jetzt mal hier über die Boxentür. Und dann holen wir den Kleen mal raus. Schatz, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her, Mauschen. Guck mal. Ja, Sucki. Au, nicht beißen. Ah, Sucki. Oh, jetzt geht's wieder rein. Die Schawracke lege ich jetzt mal hier hin. Okay. Kiki. Na, Pimple. Da ist das Baby. In der Kamera. So, wir gehen jetzt mal hier hin...setzen. Ja, super! Können wir die hier hinstellen? Ja! Ja! Viel Spaß beim Meilen! Danke! Bitte! Wow, wie süß! Die hat gerade gesagt, ja, viel Spaß beim Meilen! Oh Gott, was so staubig! Also, ich putze dann mal eben. So, ich habe Blitz gerade geputzt, den kleinen Donut. Und diese Schabracke habe ich gerade auf Blitz draufgelegt. Aber sie ist ein bisschen groß. Ja, man könnte sie natürlich nehmen, besser so groß als so klein. Aber ich finde sie ein bisschen arg groß. Deshalb lege ich jetzt meinen Felsattel drauf und dann gehen wir reiten. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil die Halle um 6 Uhr geschlossen wird. Und jetzt ist es irgendwie gleich 5 oder halb 5 oder so. Oh ja! Ja, wer ist Verwett! Untertitelung des ZDF, 2020